Hello World! So, es gab ja einen Link auf dieses Video. Und ja, der Autor nimmt mich mit auf eine Reise hier. Was will das hier bedeuten? Ist das eine satanische Referenz? Ich misse hier elf Minuten, ich vermisse den Hinweis auf die offensichtlichen Markierungen dieses Albums. Nein, du kennst diese Dinge. Es ist offensichtlich markiert, die Schrift hier. Okay, du hast hier das C und das stilisierte S. Das ist das zweite C. Okay, hier hast du die 33. Weiter hast du hier oben diese... Was ist das? Eine Insignie. Dieses Symbol. Okay, was ist das? Schau, du hast die Raute. Die Raute ist das hier. So, das ist Saturn. Saturn Binar. Binar ist die 3. Es geht um das Licht von Binar. Okay, das ist hier dargestellt. Dieses Symbol zeigt das Licht von Binar. So, und weiter haben wir hier natürlich den Wolf. Plus die Markierung des Ein-Augels. Und weiter haben wir hier noch etwas Interessantes. Und zwar, wenn wir uns dieses Schriftbild hier ansehen. Okay, ich habe dir diese Dinge gezeigt. Und jetzt kommt das noch hinzu. Was sehen wir hier? Das ist der Doppelkubus. Okay, ich vervollständige das kurz. Hier. 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 Okay. Hier ist der Doppelkubus. Hier wird es weiterlaufen. So, die Ordnung dieses Schriftbildes hier ist der Doppelkubus. Okay, bis bald. Ciao.